Willkommen liebe Gildenleiter und Gildenmitglieder in Forge of Empires. Ich habe mich hier angemeldet auf dem Beta-Server und wollte euch dort ein neues Feature vorstellen, was Forge of Empires bzw. InnoGames aktuell im Test hat auf dem Beta-Server. Es nennt sich Guild Perks oder in der deutschen Ankündigung Guildenvorteile und funktioniert wie folgt. Und wie ihr seht, gibt es eine Reihe von diesen Vorteilen, die man sich freischalten kann. Und man kann immer nur eine gewisse Anzahl von diesen Vorteilen freischalten, nämlich immer maximal drei, so wie es hier ausschaut. Das heißt, es wird wichtig sein, dass ihr euch als Gilde darauf einigt, welche Vorteile ihr euch freischalten wollt. Und dann eben daran arbeitet, diese zu entsperren. Die Gildenvorteile werden auch innerhalb von einer gewissen Zeitspanne immer wieder zurückgesetzt. Und zwar nach 21 Tagen, also drei Wochen, werden sie immer wieder auf Null gesetzt. Und so wie ich es verstanden habe, kann es sogar sein, dass es alle drei Wochen unterschiedliche Vorteile gibt. Das heißt, man muss sich dann jedes Mal wieder die Vorteile anschauen, die es gibt. Und dann wieder beschließen, auf welche Vorteile man spielen möchte. Ich hatte ja hier schon eine Einzahlung gemacht auf dem Antiques Expert. Und hier ein paar von diesen Fortschrittspunkten gekauft, Perkpoints, gekauft, für einen Fortschpunkt. Ihr seht also, man kann jetzt hier für einen Fortschrittspunkt 7000 Fortschrittspunkte kaufen. Das mache ich jetzt einfach mal beispielhaft. Und hier hinten steht noch eine 9. Also, ich drücke jetzt hier mal drauf. Und ihr seht, das wird jetzt erhöht auf 14.000 von diesen Perkpoints. Und hier hinten wird eine Zahl abgezogen. Das heißt, ihr könnt diese Art und Weise der Donation nur insgesamt eine gewisse Anzahl am Tag machen. Danach wird es wahrscheinlich ausgegraut und dann könnt ihr das nicht mehr verwenden. Das bedeutet, dass ihr als individueller Spieler jetzt hier, wenn man das hier einfach mal alles zusammen addiert, naja, eben einen gewissen Beitrag leisten könnt. Und ihr müsst halt auswählen, welchen Beitrag ihr leisten wollt. Weil ihr habt pro Tag nur 30 Einzahlungen. Und es gibt hier deutlich mehr, was ihr einzahlen könnt. Also hier 25 plus 15 wären ja schon 40 alleine. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, wovon ihr am meisten habt. Und könnt eben entsprechend dazu beitragen, dass hier dieser Fortschrittspalken befüllt wird. Das bedeutet dann wiederum, dass ihr das immer aus eurem persönlichen Vorrat bezahlt. Das heißt, jedes Gildenmitglied wird jetzt hier irgendwie zu diesem Gesamtwert beitragen, um Level 1 von diesem konkreten Perk freischalten zu können. Und wenn ihr jetzt eine Gilde habt von 80 Mitgliedern, dann kann hier eben jeder individuell dazu beitragen und diese Perk-Points hier befüllen. Es werden aber keine Kosten aus der Gildenkasse fällig an diesem Punkt. Was es zu sagen gibt an der Stelle ist, dass dieses Level hier, also diese maximale Punkteanzahl, die beigetragen werden muss, abhängig davon ist, wie viele Gildenmitglieder ihr habt. Also wenn ihr 80 Mitglieder habt, dann wird dieser Wert hier deutlich höher sein. Ich habe jetzt hier eine Gilde, wo ich alleine das Mitglied bin. Ja, man könnte sich natürlich jetzt hier auch strategisch überlegen, dass es vielleicht sinnvoller ist, beispielsweise zuerst die Forge-Punkte auszugeben und die Perk-Punkte über die Forge-Punkte freizuschalten, weil die einfach mehr Perk-Punkte geben. Und als nächstes dann die Vorräte zu nutzen und als allerletztes die Münzen, weil die weniger bringen einfach. Und dann bleiben eben hier noch ein paar Versuche übrig. Bei den Diamanten muss ich halt jeder selber überlegen, ob er den Einsatz bringen will. Das ist natürlich eine kostspielige Sache, wenn man das, ja, wenn man das halt aktiv betreibt und hier immer mit Diamanten bezahlt. So, wenn ihr dann Level 1 erreicht habt, dann gibt es die Möglichkeit für Gildenleiter beziehungsweise Leute mit Admin-Rechten irgendwelche Art, dann eben diesen Perk auch freizuschalten. Und dafür müssen dann nochmal zusätzliche Kosten berappt werden. Und die sieht man hier. Hier sieht man nämlich einerseits diese Anzahl an Perk-Points, die eingezahlt werden müssen, diese 226,8, das sind eben diese Perk-Points. Und zusätzlich noch Gildengüter. Das sind jetzt hier nur 25, aber auch das bezieht sich eben nur auf mich als einzelnes Mitglied. Das heißt, ihr könnt das jetzt hier mal 80 rechnen, wenn ihr 80 Leute in der Gilde habt und dann sind es eben doch schon ein paar tausend Gildengüter, die da fällig werden. Und bei den nächsten Leveln werden es dann eben noch höhere Kosten. So, wenn ich jetzt hier zurück zur Übersicht gehe, dann seht ihr, dass bereits 6% beim Antiksexpert freigeschalten sind. Das waren jetzt hier meine zwei Beiträge, wo ich zwei Forge-Punkte investiert habe. Und das sind 6% des Gesamtfortschritts, die ich jetzt hier dazu beigetragen habe. Und ich könnte jetzt hier eben meine 30 täglichen Donations machen und dann entsprechend, also ich habe es nicht zusammen addiert, aber wir können es ja mal schnell machen. Nehmen wir an, ich investiere hier noch 7000 mal 8. und dann die Supplies, das sind 4500 mal 15 plus den 56.000, dann bin ich bei 100 und 23.500 und hinzu kommen dann noch einige von den Münz-Perks, die ich noch kaufen könnte. Also man kann innerhalb von zwei Tagen sicherlich so ein Level ganz gut machen. So wie es sich hier darstellt, wenn man alle Gildenmitglieder ja an einem Strang ziehen lässt. Das ist eben auch so eine Sache, die ihr allen Mitgliedern in euren Gilden klar machen müsst. Denn wenn ihr jetzt eben nicht an einem Strang zieht und eure Beiträge jetzt hier eben in ganz verschiedenen Perks macht, dann werden halt unnötig Beiträge, die ihr hier investiert, eigentlich verschwendet. Das heißt, ihr müsst als Gildenleitung euch wie gesagt angucken, was ist jetzt hier sinnvoll, auf welche Perks wollen wir gehen. Und der Gilde sagen, okay, investiert bitte nur in diese dann drei Perks, weil alle anderen Perks könnt ihr dann eh nicht mehr freischalten, weil ihr nur maximal drei freischalten könnt. Und da werden eben alle Investitionen verloren, die ihr macht. Und es ist sicherlich auch gut, wenn ihr euch zunächst erstmal auf die Perks konzentriert, die euch am lukrativsten erscheinen, dass ihr diesen Perk vielleicht als erstes freischaltet und nicht, naja, auf drei gleichzeitig geht. Also idealerweise wählt ihr euch einen aus, ihr sagt Bescheid, okay, wir gehen jetzt hier auf Antiques Expert, macht bitte alle mit und ignoriert die anderen Perks erstmal und dann schaltet ihr euch den frei. So, jetzt wollte ich nochmal über die ganzen Perks drüber gehen, die es aktuell so gibt und mal kurz darüber reden, ob sich denn diese lohnen. Über den Antiques Expert hatte ich jetzt schon kurz geredet. Er lohnt sich halt für Leute, die beim Antiquitätenhändler relativ aktiv Sachen verkaufen und so können sie eben dann ein paar mehr Münzen und auch Edelsteine bekommen. Dann gibt es eben noch den Adventure Merchant. Das wird natürlich alles auf Deutsch dann ein bisschen anders heißen. Abenteuer, Händler, wie auch immer. Und hier stellt sich das über die Level so dar, dass auf dem höchsten Level, ja, hier die Kosten für die Gildenexpeditionen, die Verhandlungskosten für die Gildenexpeditionen um 8% gesenkt werden. 8% sind jetzt hier nicht besonders viel, wenn man daran denkt, dass man, ich glaube, auf Stufe 4 bezahlt man ja auch nur 4 Güter pro Gut. Also wenn du jetzt 4 Güter um 8% senkst, dann werden das auf der höchsten Stufe 4 mal 0,92 und zwar 3,68 an Güterkosten, was dann ziemlich witzlos ist, weil du immer noch 4 Güter bezahlen müsstest. Von daher würde dir diese Senkung der Verhandlungskosten nur was für Medaillen, Münzen und Vorräte bringen. Und das lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Das Beispiel ist halt auch eher Quatsch, weil man eigentlich keine Gildenmitglieder in den Freundeslisten hat oder zumindest nicht allzu viele, weil man ja, wenn man auf die maximale Anzahl an Hilfen für die eigene Stadt abzielt, dann lohnt es sich natürlich mehr, dass man die Gildenmitglieder aus der Freundesliste rausschmeißt, weil man ja deren Hilfe eh schon über die Gilde bekommt. Von daher hat man diesen Fall halt meistens gar nicht, dass man Gildenmitglieder-Tavernen besuchen kann. Also Adventure Merchant ist jetzt nicht so der Hit. City Evolution stellt sich aus meiner Sicht eh nicht dar. Also du hast halt hier einen Construction Time Boost, aber wie viel wird dann eigentlich in den Städten gebaut? Gerade in hoch, höher entwickelten Gilden wahrscheinlich nicht mehr so viel und vor die meisten, ja, Gebäude entfallen halt auch gar keine Timer. Also wenn man jetzt Eventgebäude, wenn man die Stadt umbaut, wenn man Eventgebäude aufstellen will, dann haben die Eventgebäude gar keine Timer. Legendäre Gebäude haben auch keine Timer. Es zählt also nur für die normalen Gebäude aus dem Baumenü. Also eher auch ein Vorteil, der wenig bringt. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Das wäre Glory March. Und Glory March ist aus meiner Sicht der Beste von diesen Vorteilen. Ihr habt nämlich in der höchsten Ausbaustufe 25% Recruitment Boost. Das bedeutet, dass eure Produktionsstätten für Einheiten um 25% schneller produzieren. Und wenn man das auch beim Alcatraz machen kann, dann bringt einen das schon ganz schön gut voran. Zusätzlich gibt es ja auch noch diesen Recruitment Boost über eure Gildenstufe. Und wenn man dann 25% mit dem Recruitment Boost aus der Gildenstufe zusammenrechnet, ich muss mal eben gucken, parallel, der Recruitment Boost der Gildenstufe geht hoch bis zu 38%. Ich weiß nicht, ob sich das aufaddiert oder ob jetzt die 38% auch noch um 25% erhöht werden. Ich würde eher vermuten, dass sich das aufaddiert. Also da kann man dann, wie gesagt, bis zu 63% Recruitment Boost bekommen. Und das würde wiederum heißen, dass ihr in weniger als 12 Stunden das Alcatraz ernten könntet. Das heißt, ihr könntet das, wenn ihr in einer guten Gilde seid, die eine relativ hohe Gildenstufe hat, ja, zum Teil sogar dreimal am Tag ernten. Wenn ihr das irgendwie kurz nach 0 Uhr erntet, dann gegen Mittag und dann wieder am Abend. Aber auf jeden Fall fast täglich zweimal ernten. Und das würde schon einen deutlichen Einheitenzuwachs bringen. Und man verbraucht doch in den Gildengefechten und wenn ihr GVG spielt, auch im GVG sehr, sehr viele Einheiten. Und von daher kann das schon ein erheblicher Vorteil sein, wenn es eben auch noch diesen zusätzlichen Recruitment Boost jetzt über die Gild Perks gibt. Das ist definitiv der Gild Perk, der aus meiner Sicht aktuell am allersinnvollsten ist. In der Liste, die hier zu sehen ist. So, dann gibt es den Peaceful Explorer. Der senkt auch die Verhandlungskosten in den Gildenexpeditionen. Also ganz ähnlich wie hier dieser Adventure Merchant bereits, aber der senkt eben schon um das Doppelte. Und auf Stufe 3 sind das eben minus 15%. Und bei minus 15% können wir das Spiel nochmal machen. 4 mal 0,85. Und dann passt es schon. Also dann würdet ihr nur noch 3 Güter bezahlen auf der höchsten Stufe. Ist halt die Frage, ob sich das wirklich lohnt. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, ehrlich gesagt. Ich meine, die meisten Spieler verhandeln wahrscheinlich nicht, sondern kämpfen. Und für die wenigen Verhandler in der Gilde dann diesen Perk freizuschalten, würde ich jetzt mal bezweifeln, ob das wirklich so sinnvoll ist. Dann gibt es Pride of Defense. Das ist ein Bonus, der die Stadtverteidigung stärkt. Gehen wir hier auch gleich wieder in Stufe 3. Und zwar um 10% wird der Angriff der verteidigten Armeen erhöht. 10% ist ehrlich gesagt nicht besonders viel. Da stellt man sich so ein paar von diesen Ritualflammen und dann hat man schon deutlich mehr erreicht als 10%. Und auch die 30% Chance, ein Gut aus deinem Zeitalter zu bekommen, wenn eine Einheit der gegnerischen Armee getötet wird, ist auch nicht besonders spannend. Weil man muss ja eben dann auch entsprechend oft angegriffen werden, sodass die Stadtverteidigung hier überhaupt zum Zuge kommt. Klar, man wird hin und wieder angegriffen, jetzt insbesondere über das PvP, über die PvP-Arena. Kann ich ja auch einfach mal beispielhaft bei mir ins Log gucken. Ich ziehe einfach mal das hier auf den Bildschirm. Und dann schauen wir einfach mal, was ich heute angegriffen wurde. Einmal, zweimal, drei, vier. Ja, viermal innerhalb von 24 Stunden wurde ich angegriffen. Normalerweise hat eine gegnerische Armee acht Einheiten. Können wir wieder rechnen. Also acht Einheiten mal vier, weil ich viermal angegriffen wurde und davon eine 30%ige Chance, ein Gut zu bekommen. Das heißt, mal 0,3. Das heißt, man bekommt pro Tag dann eben zehn Güter. Ja, also ich würde jetzt als Beispiel zehn Güter am Tag bekommen. Hinzu kommt natürlich auch noch, wenn man angegriffen wird über die Nachbarschaft. Ja, zehn Güter des eigenen Zeitalters. Ist jetzt okay. Ist jetzt aber auch nicht der Hit. So, dann zum nächsten Prosper City. Gehe ich auch gleich wieder zu Stufe drei. Ja, das erhöht jetzt die Vorratsproduktion, die Münzproduktion und auch die Konstruktionszeit der Gebäude. Also die wird halt verringert. Ich würde sagen, das lohnt sich auch nicht, weil die meisten Spiele haben mehr als genug Münzen und Vorräte und gebaut wird relativ wenig. Aus den Gründen, die ich schon erwähnt hatte. Sebi Negotiator, da haben wir auf Stufe drei eine Reduktion der Verhandlungskosten in den Guild Battlegrounds. Das ist schon interessanter, weil man dadurch deutlich hochkommen kann von den Kosten. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Kosten von fünf Gütern. Ich glaube, da wäre ich schon bei vier. Ich glaube, ich kann auch einmal mal mit vieren rechnen. 15 Prozent würde vielleicht sogar drei reichen. Ich rechne mal. Dreimal 0,85. Ja, ist knapp nicht. Also man würde bei drei auch immer noch drei bezahlen. Aber bei vier Gütern würde man nur noch drei Güter bezahlen. Wenn man jetzt verhandelt in den Gildengefechten, und das klingt schon ganz okay. Das kann man vielleicht durchaus machen und da die Gildengüterkosten schon reduzieren. Und ich glaube, das lohnt sich auch deutlich mehr, als dass man irgendwie zehn Güter am Tag zusätzlich reinbekommt. Weil so eine Verhandlung, wenn man dann vier Güter bezahlt und die auf drei reduzieren kann, dann muss man ja, also nur wenn man ganz großes Glück hat, dann hat man ja bei der ersten Verhandlung alles richtig. Aber auch da hat man ja schon mindestens fünf Güter gespart bei einer Verhandlung auf der ersten Stufe. Und wenn man das dreimal macht, dann kann man bis zu 15 Güter sparen mit einer einzigen Verhandlung. Also es lohnt sich deutlich mehr, denke ich, diesen Perk einzusetzen, als den Perk, der hier so ein paar Güter produziert. Und alle Gildenmitglieder sind eigentlich auch ganz gut beraten, hin und wieder zu verhandeln als Alternative zum Kampf, insbesondere dann, wenn die Zermürbung besonders hoch ist, bei Sektoren, die aber zwingend eingenommen werden müssen, um die eigene Zermürbung nicht so stark zu erhöhen. Gut, zum nächsten Perk, Social Collector. Auch hier werden die Einkommen erhöht beim Antiquitätenhändler und die Einkommen beim Tavernensilber. Ehrlich gesagt, Tavernensilber ist auch so eine Sache, da haben weitentwickelte Spüler auch mehr oder deutlich mehr, als sie jemals ausgeben können. Von daher ist es wahrscheinlich auch nicht so gut. Zumindest dieser zweite Anteil, 9% mehr Edelsteine, klingt okay. Aber ich glaube, der andere Perk war besser, der Antiques Expert. Genau, der hat sogar 10% und gibt eben auch noch Trade Coins. Also ich würde sagen, wenn, dann geht man eher auf den Antiques Expert als auf den Social Collector. So, als letztes Taverns Sweeper. Ah, das ist wieder der Fall mit den Guild Members Taverns. Okay, das tritt wahrscheinlich so gut wie nie auf. Von daher lohnt sich auch das nicht. Was die negativen Aspekte hier angeht, hier wird ein bisschen Tavernensilber abgezogen. Bei allen anderen habe ich eigentlich nur gesehen, dass die Supply Collection und die Coin Collection reduziert wurde. Oder die Coin Collection. Genau, ich denke, das ist was, womit die meisten Mitglieder leben können. Also wenn das nicht so ist, dann solltet ihr das, denke ich, mit eurer Gildenleitung klären, dass ihr da vielleicht ein bisschen berücksichtigt werdet. Dass diese negativen Aspekte nicht so sehr bei euch zu Buche schlagen. Aber in höher entwickelten Gilden würde ich einfach darauf pfeifen und nur nach den positiven Aspekten gehen. Und ja, nachdem, wie ich das jetzt überblickt habe, Glory March, wie gesagt, am allersinnvollsten, wegen dem Recruitment Time Boost, wahrscheinlich der erste Boost, auf den man gehen sollte, in dieser Konstellation an Guild Perks. Dann würde ich sagen, den Savvy Negotiator, um die Kosten für Verhandlungen in den Gildengefechten zu reduzieren. Und als letztes, denke ich, ist am sinnvollsten hier der Antiksexpert, um die einzelnen Einkommen beim Antiquitätenhändler zu steigern, der Gildenmitglieder. Genau, alle anderen Perks haben, denke ich, deutliche Nachteile. Das sind die, die aus meiner Sicht sinnvoll sind und auch in dieser Reihenfolge Glory March, Savvy Negotiator und Antiksexpert. Ja, das wurde dann doch wieder ein recht längliches Video. Ich hoffe, es war interessant, einen Einblick in dieses Feature zu bekommen. Wo findet ihr es überhaupt hier? Wenn ihr auf Global klickt, gibt es halt hier diesen Guild Perks-Knopf jetzt, der neu hinzugefügt wurde. Und da findet ihr diese Perks. Ja, informiert euch darüber. Das wird sicherlich interessant, wenn das dann soweit ist, dass es freigeschalten werden wird. Das ist alles jetzt noch ein Work in Progress, wie man so schön englisch sagt. Das heißt, InnoGames arbeitet daran und holt auch aktiv Verbesserungsvorschläge ein. Das heißt, solche sinnlosen oder mehr oder weniger sinnlosen Sachen, wie hier Guildenmitglieder-Tavernen zu besuchen, werden vielleicht auch noch sehr geändert werden. Und von daher kommen da möglicherweise noch deutlich lohnendere Guild Perks am Ende bei raus. Für den aktuellen Stand wäre das halt meine Empfehlung, wie ich sie gerade getan habe. Und sonst gibt es hier, glaube ich, nicht mehr so viel. Achso, ja, man kann halt noch die täglichen Beiträge noch erhöhen, indem man natürlich Diamanten einsetzt. Aber ob das jetzt so sinnvoll ist, ist wahrscheinlich auch fraglich. Genau, dann kann man eben noch schneller an die Perks kommen. Kann man machen. Aber ansonsten habe ich jetzt hier, glaube ich, schon alle Aspekte soweit betrachtet. Ich hoffe, das Video war interessant und gibt einen Einblick in dieses möglicherweise bald auf uns zukommende neue Feature. Für mich ist es interessant. Ich finde es spannend, dann eben auch in der Hinsicht, dass man dann mit der Gilde kommuniziert und irgendwann alle Guildenmitglieder so koordiniert bekommt, dass hier eben keine sinnlosen Investitionen in Guild Perks gemacht werden, die man am Ende nicht braucht. Das ist sicherlich eine gewisse Leistung, die man jetzt hier erbringen muss als Guildenleitung, um das zu vermitteln, dieses Wissen. Vielleicht hilft dir auch mein Video dabei. Vielleicht gibt es in der Zukunft auch noch die Möglichkeit, dass man einfach hier sagen kann, okay, konzentriert euch hier auf dieses Ding, dass hier eben wie in den Guildengefechten so eine Art Zielscheibe oder sowas draufgesetzt wird und andere vielleicht einfach ausgegraut werden können, sodass sie da gar nicht rein investiert werden kann. All das ist noch unklar. Das kann alles noch kommen im Laufe des Beta-Stadiums. Zum Schluss danke ich fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn ihr das Thema interessant fandet und auch über ein Abo meines Kanals, wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und aktiviert auch gerne das Glöckchen, sodass ihr auch informiert werdet, wenn ein neues Video herauskommt. Ciao und bis zum nächsten Mal.